Das Bamberger Domes Gründung von Ludwig Bechstein Da Baba Heinrichs des Voglers Schwester auf ihrer hohen Feste im Ostfrankenlande saß, die nach ihr die Babenburg heißt, gründete sie auch die Stadt Baba am Berge. Das ist das heutige Bamberg. Auch zur ältesten Kirche legte diese Herrin den Grund und während des Baues setzte sie eine große Schüssel voll Geldes für die Tagelöhner hin, damit sich jeder seinen Lohn herausnehme, soviel ihm gebürte und war die Schüssel so gefeiht, dass sie sich täglich von selbst mit Geld füllte und konnte von dem Gelde keiner mehr herausnehmen, als ihm gebürte. Nahm einer mehr, so wurden ihm die Finger glühend. Diese zaubermächtige Baba zwang auch den Teufeln, dass er ihr Säulen zum Kirchenbau hereinschleppen musste. Den jetzigen Dom zu Bamberg gründeten Kaiser Heinrich II. und seine Gemahlin Kunigunde. Sie wohnten in dem kleinen Häuschen am Dom, darin jetzt der Messner wohnte und waren gar ein frommes Paar, hatten sich ewiger Keuschheit verlobt. Trotzdem kam aber, auf alle Fälle durch keine andere Tücke als die des Teufels, die gute Kaiserin in mancherlei Gespräch und etwas schlimmeren Ruch als den der Heiligkeit, welcher erst später sie umduftete, da sie in Jahre gekommen, die ihr nicht gefielen oder da sie gar gestorben war. Die bösen Zungen munkelten von einem Herzog wie von einem schönen Leibjäger, laut und immer lauter, bis es von dem Kaiser kam und dieser die fromme Gemahlin aller unehren Zieh. Da erbot sich Frau Kunigunde, ihre Frauenehre zu erweisen durch ein Gottesurteil und wandelte auf sieben glühenden Flugscharen unversehrt und kecklich, nachdem sie Gott angerufen, ihre Unschuld dazutun, wie er der keuschen Susanna Unschuld auch dargetan habe. Und da sie über die glühenden Flugscharen wandelte, sprach sie, Siehe, Kaiser, so schuldig ich deiner bin, bin ich aller Männer. Und bestand die Feuerprobe und ward also gereinigt mit großen Ehren. Und der König und alle Herren fielen ihr zu Füßen. Darum ersieht man noch im Georgenchor des Domes auf einem steinernden Hochbild die hohe Frau dargestellt, wie sie die Feuerprobe besteht. Aber rechtfertige sich einer oder eine noch so sehr oder werde gerechtfertigt, gegen wen sich einmal die Teufelszunge der Verleumdung herausgestreckt, der bleibt von ihr beleckt und befleckt. So ging es auch der guten Kaiserin. Als sie eines Morgens früh von der Babenburg herabstieg, nach dem Dome, den sie mitgegründet, zu gehen, überschritt sie die Regnitz da, wo heutzutage der Schiffskran ist. Da wuschen Weiber hinterm Gebüsch ihre Wäsche im Fluss. Und eine dieser Frauen verlässerte nach der Waschweiberart die Herren gräulich, dass diese es voll starren Schreckens in ihre Ohren hineinhörte. Von Scham erglühend flehte Kunigunde noch einmal zum Herrn, ihre Unschuld zu beweisen, ging zur Burg hinauf und sandte alsbald einen Korb mit leckeren Speisen und Weinen zu den Waschfrauen hinab. Die wussten sich nicht genug zu verwundern über der Kaiserin Gnade und ließen sich's trefflich wohlschmecken. Aber da die Verleumderin auch aß und trank, so hatte sie Mistjauche im Becher. Und ihr weg wurde ihr im Maule zu einer Kröte, wie jen Lästerbuben, die den Vater angespuckt, ihre Zungen. Selbiges Waschweib hat nie wieder Verlogenes weitererzählt und wäre gut für viele ihresgleichen, wenn alle Tage noch solch Wunder sich begäbe. Da wird es eine solche Lastkröten geben, dass sie schwerer wöge als die großen Steinkröten vor dem Bamberger Dom. Diese Kröten sollen vor dessen gelebt und beim Dombau des Nachtes alles, was am Tage gebaut worden, aus des Teufels Antrieb wieder zerstört haben. Das Volk nennt sie Kröten, es waren aber ursprünglich rohgebildete Löwen aus grauer Zeit. Auf dem Rücken des Einen entdeckte man runenschriftähnliche Zeichen. Das Volk nennt sie Kröten.